Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TechLive, mit dabei 85 Meter und wuff! Und, Josios! Servus! Ihr beide seid immer noch in der Neda? Ja. Oh, geil! Voll die Bläsis hier! Gut, ich bin mit meinen Experimenten der Zauberformel noch nicht weitergekommen. Aber mal sehen, bis jetzt rauskommt. Ich mach immer Clear-Up-Modification, aber irgendwie... ...hätt ich auch... ...Zack-Springen mit River machen können, das bringt irgendwie überhaupt nichts. Bock-Springen? Widder. Bock-Springen mit River. Hast du... Oh. Wir haben auch einen gefunden. Wir schwätzen nicht. Weil ich gerade im ersten Ding gekommen bin, Leid. Ah, okay. Achso, ja, Linken. Ja, aber wir brauchen Widderskelette. Widderskelette? Ja. Wir haben doch eh eins. Hehehe, so abgeneralde bin ich noch nicht. Also Verlangsamung und Schwäche. Oh, das sieht tippschaus. Aber Verlangsamung und Schwäche ist das scheiße. Aber es sieht gut und schön aus. Hier sind drei Stück. Okay. Ja, also dann, heide. Sag, du hast nur gesagt. Ernst. Hier halt. Auf der Welt kann man noch relativ gut arbeiten. Ja, wir fliegen ja nur rum. Ja, dann... Ja, wir kommen gleich. Entspannt euch. Wir haben grad... Wir haben grad Spaß und Spielfreude entdeckt. Denn Widder. Wir leben sie leidenschaftlich aus. Ich glaube. Weil er will ja jagen. Ja, in der Musse näher jagen. Das ist die Frage, wo war das... Da ist der Anfang aus vorne. Äh... Wo bist du Wurf? Nee. Hier. Hm. Ich bin da irgendwie... Irgendwohin und das ist eine zweite Festung anscheinend. Wo? Ach, auf der anderen Seite. Wo? Ja, die sieht schon etwas besser aus. Ich höre schon Witter-Skelette. Autsch, die brennen. Ja. Aber... Kisten gibt's ja hier noch keine, gell? Servation. Ich glaube nicht. Ein Spinnen-Auge. Ein Spinnen-Auge. Noch ein Spinnen-Auge. Das brauche ich doch. Mann, aber kein Kopf. Pfff. Wir brauchen wieder Skelette. Pfff. Hast du Scheinen gefunden? Nee, noch keinen. Okay. Ja. Die Spinnen haben hier Schwäche. Zack. Wie ist das? Also derjenige, der hier in diese Welt kommen sollte, ne? Ja? Wenn der sowas anfängt, der braucht echt viel Durchhaltevermöde Deswegen? Es gibt kein Holz Was? Es gibt hier kein Holz Holz Ja für extra oder so Ja deswegen haben wir auch die Powerarmor, also gehen wir zurück Ok Ah, spannend aus hier Ausgang nur 1000 Meter entfernt Ja geil Hm, nach da Da noch falscher Aktenbogen Wird gut Also hast du einen Kopfwitz bekommen oder nicht? Nein Ich auch nicht Ja die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1 zu 1000 Ne 1 zu 300 glaube ich Safari Netz 1 einfangen Ja Könnten wir Ende Augen und Dings haben wir doch Ja Ja Und dann Und dann Immer eine größere Wahrscheinlichkeit Dass es ein Wetter Skunk gibt Ich bin mir auch mal wieder auch mal so so abgemagert Was denn? Ich habe viel unterstützter Ich habe viel unterstützter Mit Wasser allem mit Schwertern Da oben geht es durch Ich Ja Wir haben schon überlegt An den Berry hier aufzustellen Aber das Problem ist Wenn die auf Lava trifft Hört sie auf Hier ist ja alles auf Lava Ja Können sie ja nicht einfach ganz leer pumpen Das geht ja nicht Er tut schon Aber was sinnvoll ist Eine andere Frage oder? Ja Ja Wie viele Meter seid ihr noch entfernt? Oder holt euch erst ein Safari nicht Ah Ich bin ja 200 Meter entfernt und buddel Ich buddel einfach Also ich habe schon mal das erste Ding hier gefunden Und? Ja mal gucken Brauchst du damit Brauchst du damit Swampland Eine neue Karte Normal Sun Haben wir schon Setting Ok Ok hier ist die Pumpe Besser ausgegangen Zu weit weg Opolisten 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 이나 Opolisten Popol Welt. So, ein Skelett, was machen sie auf dieser Welt? Ja, ich fliege mal ein bisschen. Ich fliege übrigens in dieser Welt nach Norden. Ups. Dann mal dieser Blick auf die Karte. Ist die Sonne nicht dort eben aus? Oder hier? Da, fast vorbei geflogen. Äh, Wuff? Ja? Wo bist du? Ich grab mich da noch irgendwie Richtung Ausgang. Okay, ich warte dann in Gitarren, oder wie die Welt da ist. Das ist gemein, ey. Okay, du gehst nach Norden, ich geh nach Westen. Da hat er sich in diesem, ich nenne es mal in dieser Bibliothek, oben auf den Dingern hat er sich ein Skeleton versteckt. Und ich verwundere mich die ganze Zeit so, die ist so richtig beschossen. Eichenhals. Novel Weaver hab ich schon. Na, ich hab nicht gewonnen. Wer jetzt auch in die Welt kommen, oder soll ich ein Skelett suchen? Ja, du kannst eigentlich ein Ding spawnen und mal ein Safari-Netz. Okay. Und dann in den Nether und dann ein Weatherskelett holen. Ja? Ja? Blue? Hm? Hm? Bühne fliegen? Also ihr fliegt nach Süden. Okay. Oh mich, ich hab überall mehr FPS wie auf der Stadt. Na klar, ne? Hey, hallo ihr Zombies. Enderman. Ja, die brauchen. Aber ab und zu hab ich dann immer noch so mal. So, Computer, zeig denen, wer hier der Boss ist. So eine Einbrüche. Mal. Okay. Okay, Leute. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Gang.